hallo liebe liebenden des internets ich wollte euch nur hinweisen auf einige aktuelle entwicklungen die sich in den letzten tagen abgespielt haben oder auch ein paar projekte die ich mache die mich in den nächsten tagen und wochen beschäftigen werden das wichtigste vorab das was sammer ecam live schon vor einigen wochen angekündigt hat jetzt sukzessive weitere anwendungen auszurollen das wird immer mehr realität die jüngste änderung die sich abgespielt hat ist eine beta version von ecam live wo man alle live streams auf seinem laptop oder stationären pc aufzeichnen kann das hat insofern eine nützliche seite vor allen dingen bei live stream sessions die man als sehr wichtig erachtet also beispielsweise das gespräch was ich auf der republika geführt habe zum thema künstliche intelligenz wo unter anderem der christoph kappes beteiligt war und der stefan holte von bright one das war eine super spannende gesprächsrunde leider ist die denn durch einen technischen fehler dann abgeschmiert bzw wir hatten wohl einige sekunden da am stand auf der republika stromausfall was man dann nicht sofort mitbekommen hat wenn das nur ein zwei sekunden geht dass einmal die stromleitung gekappt ist ihr wisst das selber ist der router dann abgetrennt also man kennt das vom reset wenn man kurz mal den stecker zieht und dann wieder reinpackt dann baut sich das wieder auf und dann dauert das ein bisschen und ich habe das dann halt nicht direkt bemerkt und irgendwann hat mir halt die software angezeigt ich müsste so eine art neustart machen bzw auf fortsetzung drücken das habe ich gemacht aber dann hat sich dann in den einstellungen etwas verändert und ich hatte dann die konserve nicht auf facebook zur verfügung das war super ärgerlich normalerweise ist ja eine aufzeichnung auf dem laptop oder dem pc unnötig weil man über seine video funktion auf facebook ja automatisch die konserve zur verfügung hat und von dort auch in hd qualität runterladen kann die wandersteher hatte mich nämlich gefragt ja wie kann man denn wie kann man denn videos speichern und dann beispielsweise auf andere plattformen hochladen dann wieder auf youtube oder sonstige anbieter und dann mache ich mal kurz eine bildschirmteilung um das zu zeigen nochmal wie das auf dem eigenen facebook account funktioniert und gehe ich mal auf den browser und gehe jetzt hier mal auf meinen facebook account so und die meisten werden es kennen dann geht man moment das dauert jetzt ein bisschen dann geht man auf seine videos und ja also hier hat man hier findet ihr ja alle videos die so in letzter zeit gelaufen sind und hier oben gibt es so eine funktion sieht aus wie ein stift bearbeiten oder entfernen da geht er dann rauf wenn er darauf klickt findet er hier ein paar sachen wo man dann auch nach bearbeiten kann ort hinzufügen datum ändern blablabla und ja dann natürlich auch noch die einbettungsfunktion die habe ich auch schon ein paar mal vorgestellt und hier ist die ist die funktion in hd herunterladen also dann nur rauf klicken und dann kann man es direkt auf seinem auf seiner festplatte oder externen festplatte speichern oder ein stick oder was auch immer und dann habt ihr dieses video gesichert so das ist natürlich immer nur möglich wenn in dieses video auch wirklich dann auf facebook abgespeichert wurde sowohl bei youtube als auch bei facebook ist es uns schon passiert also auch dem hannes schlee und mehr dann auf dass auf einmal das video als konserve nicht weg nicht da war also entweder eine störung auf den servern von google oder facebook oder eben die leitung war kurzzeitig unterbrochen oder 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 das blöde dabei ist dass der operator das hat so nicht direkt mitbekommt und dann entsprechend ja man eigentlich nicht weiß ob die konserve dann wirklich verfügbar ist oder nicht auf dem plattform deswegen ist einmal jetzt diese maßnahme von ecam vielleicht eine ganz gute dass das ding eben auch aufgezeichnet wird auf dem eigenen laptop allerdings halte ich das nur für wichtig wenn es aber um relevante video aufzeichnung geht also nicht alles was man so macht und raus bläst jeden tag oder alle paar tage ist wirklich von hoher relevanz da kann man sich dann die aufzeichnungsfunktion sparen also man sehr vielleicht auch nicht seine festplatte voll spülen mit videos sondern dann solltet ihr wirklich im einzelfall entscheiden ob er die recording funktion auf ecam live aktiviert oder nicht so jetzt gehe ich hier noch mal runter und der sebastian hat noch was geschrieben wenn dir der strom ausfällt fehlt aber dein audio interface auch aus oder da bringt dir die lokale aufzeichnung auch nichts mehr naja das war das war aber da ein habe ich ja dann auf fortsetzung gedrückt also der live stream ging dann weiter und ich glaube schon dass zumindest bis zur unterbrechung dann eine konserve da ist auf dem eigenen laptop also das müsste man einfach mal ausprobieren also das ist mir hat noch nicht passiert das werde ich halt das werde ich halt so in den nächsten wochen und monaten mal in erfahrung bringt vielleicht macht man auch absichtlich mal ein stromausfall und drückt dann auf fortsetzung bei dem live stream und schaut dann eben ob die konserve da ist oder nicht generell gilt halt ob nun stromausfall oder nicht dass ich diese recording funktion nur aktivieren würde wenn es um wirklich wichtige video aufzeichnung geht wo man dann im vorfeld schon überlegt naja könnte ich sagen wir so eine sache dann auch auf anderen plattformen dann als konserve hochladen oder nicht so hallo guna auch die abgespeicherten videos verstehe jetzt nicht die frage es geht um die es geht um eine neue funktion live videos auch direkt jetzt wenn ich in dem moment wo wir wo ich die sendung mache wird das gerade aufgezeichnet ja ich habe das dann sofort in unserem ordner auf dem laptop und kann das video das ja dann als mp4 datei vorliegt eigentlich dann auch direkt hochladen wenn man nicht noch irgendwie schneiden möchte oder irgendwas einfügen möchte oder overlays produzieren will über die entsprechenden video bearbeitungsprogramme die man so kennt und final cut oder was auch immer und das macht wirklich eigentlich nur sinn wenn man wenn man schon wirklich weiß okay das ist jetzt eine wichtige interview runde oder das ist ein wichtiges ereignis was ich dann also auch auf anderen plattformen ausspielen möchte aber ich habe euch ja auch gerade gezeigt auf eurem auf eurer facebook auf euren facebook account habt ihr ja auch die funktion dass die videos dann sofort als konserve vorliegen und dass ihr dann über euren facebook account das dann auch noch in hd qualität nochmal runterladen können das habe ich schon mal ein paar mal gemacht vor allen dingen wenn man so lange sessions hatte die beispielsweise eine stunde gedauert haben in der live übertragung da macht es dann halt sinn noch mal eine zusammenfassung zu machen so mit zehn minuten um danach also dann mit dem schnittprogramm das auf zu reduzieren auf das wesentliche und dann entweder auf facebook dann nochmal hochzuladen oder und oder dann eben auf anderen plattformen ja soweit die neue funktion von ecam live die es allerdings bislang nur in der beta version gibt die werden das sicherlich in den nächsten tagen dann auch generell über ein update dann bestimmt ausrollen ja so dass sie dann das auch nutzen können jetzt fehlt eigentlich nur noch die Möglichkeit hier konferenz schaltungen zu machen via skype das ist ja auch von den entwicklern angekündigt worden von ecam ja das wird sicherlich auch in den nächsten wochen kommen die sind da recht schnell die jungs von ecam denn alles das was sie angekündigt haben haben sie dann auch innerhalb weniger wochen dann realisiert und so freue ich mich dann darauf dass dann irgendwann die konferenzfunktion auch dazu kommt sodass ich dann also das was ich früher immer so bei hangout on air gemacht habe dann mit facebook live machen kann ja ich wollte ja noch ein paar sachen sagen zu den anstehenden projekten oder das was was gerade abgelaufen ist und dann mache ich noch mal eine bildschirmteilung hier so und gehe mal auf vollbild so das mache ich mal weg ja es gibt ein paar sachen die noch relevant sind das habt ihr vielleicht schon gesehen auf dem zukunftsblock der d2030 initiative den ich ja schon seit einigen wochen betreue mit den future hubs gesprächen oder den future hubs events die ich so in berlin und anderswo dann organisiert habe morgen werde ich in wuppertal aufschlagen und da gibt es eine ein future hub zum thema mobilitätswende klimaschutz und die notwendigkeit einer transformativen ökonomik das ist ein sehr illustrer kreis der zusammengekommen ist mit jörg heinckes den der ein oder andere von euch kennt so ein öko pionier unternehmer in wuppertal dann professor uwe schneidewind den präsidenten des wuppertal instituts die ja sagen wir in der klimaforschung sehr aktiv sind und dann auch überlegungen anstellen wie man die ökonomik die grundlehre der ökonomik verändern kann die wirtschaftswissenschaften sind ja bekanntlich in der mainstream mainstream ausrichtung er auf gewinn maximierung ausgerichtet auf markt gesetzlichkeiten auf den homo ökonomikus der immer vollständig informiert ist und über alles bescheid weiß und dann immer rational entscheiden kann ihr wisst selber dass das auch natürlich eine ein hirngespinst ist und jörg beziehungsweise der professor schneidewind und einige andere haben da überlegungen gemacht zur transformativen ökonomik wie man dann also so eine qualitative komponente auch in die wirtschaftswissenschaft einbauen kann ja und dann ist noch dabei professor lutz becker äh von der hochschule fresenius der wird euch ja auch bekannt sein ähm zusammen mit seinen thesen zur plattform ökonomie und vielen anderen dingen auch in den interviews mit mir in den sommerinterviews oder in den sessions zur next economy open ja also das ist morgen um 17 uhr in der villa media in wuppertal äh der live stream startet um 17 uhr wieder auf meinem account ihr findet dort schon ähm den webplayer auf ähm auf meiner timeline denn auch das ist ja eine sache die ecam realisiert hat dass man ähm diese live stream events vorplanen kann ähm bis zu sieben tage so das ist die sache die ich noch für die zukunftskonferenz am sechsten und siebten juli mache ähm und äh ich guck gerade nochmal ja da könnt ihr euch übrigens noch anmelden wer also mitmachen möchte bei der zukunftskonferenz in berlin neu köln am sechsten oder siebten juli der sollte auf die website der initiative gehen d2030.de und dann findet ihr den link zur zukunftskonferenz und ihr könnt euch da noch anmelden das ist ein sehr interessantes programm das habe ich ja auch in den vergangenen tagen schon vorgestellt äh unter anderem im interview mit klaus burmeister ja das findet ihr auch hier alles auf dem projekt blog dann waren wir war ich gestern in solingen und dann gab es eine diskussion hier mit ähm reinhard friem und äh das ist in der reihe äh der könig von deutschland podcast produktion das ist ein wissenschaftsprojekt was ich zusammen mit professor lutz becker mache ähm für die hochschule fresenius da werden wir so langsam ins finale kommen denn aus dieser sache soll dann auch noch ein buch entstehen und äh gestern war die station in solingen ähm ähm das gespräch äh über neue ökonomie mit mehr demokratischer beteiligung ist sehr sehr spannend ich werde das also auch noch auswerten werde darauf darüber auch noch eine kolumne schreiben es lohnt sich das sich anzuhören vielleicht auch ein anreiz für euch mal darüber zu schreiben oder hier vielleicht dann auch ein paar kommentare zu hinterlassen äh würde mich sehr freuen äh wenn das verbreitung fände bislang ist es erst neunmal abgerufen worden und hatte zwei herzen also ich kann euch sagen was professor friem gesagt hat er hat übrigens auch hier so ein lehrbuch gemacht ähm heranführung an die betriebswirtschaftslehre das sieht so aus ähm der möge doch auch auf soundcloud gehen das teilen oder einbetten wäre ganz schön wenn das ein bisschen stärkere beachtung fände ja das soweit dann äh wisst ihr ja dass ich auch beim ciu kurator projekt äh blog mitmache hab mich heute da über die jüngste cyberattacke wieder ausgelassen ähm das sollte ja euch solltet ihr euch auch anschauen dazu hatte ich ja auch mit den äh security experten von ähm ebm ein interessantes interview geführt das habe ich hier eingebettet vielleicht schildert ihr euch auch mal in euren kommentaren eure erfahrungen mit cyberattacken wo seht ihr die schwachstellen und hier ist äh in der nzz ja auch eine prognose abgegeben worden dass das was wir jetzt erlebt haben in den letzten wochen eigentlich nur das vorspiel ist ähm ähm für ähm eine größere attacke die ähm wir vielleicht über uns ergehen lassen müssen entsprechend äh müssen wir natürlich auf der äh sicherheitsseite da auch ähm ähm uns professionalisieren weil diejenigen die eben hier cyberattacken fahren nicht irgendwie so hobby nerds sind oder oder ähm ja so angehende äh hacker sondern dass das ähm wirklich professionelle ähm hacker sind die hier cyberattacken fahren entsprechend muss natürlich die professionalisierung auf der anderen seite auch zunehmen um diese cyberattacken abwehren zu können das wäre das was haben wir noch die zukunftskonferenz habe ich erwähnt hier gibt es auch noch einen link ähm wo man das szenarium booklet ähm runterladen kann ich könnte das vielleicht mal in die Kommentarspalte äh hier unter das video packen wer sich dafür noch interessiert ein Moment ähm da gehe ich jetzt grad mal hier auf mein Profil nochmal und mach den Lautsprecher weg damit ich hier keine Rückkopplung habe ähm so wer sich also wirklich dafür interessiert das ist ein sehr 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 schöne pdf geworden der sollte hier auf diesen Link gehen wird der jetzt aktiviert dauert ein bisschen ich glaub schon okay ja dann äh das wichtigste ja genau jetzt geht es zum download bereit schaut euch das mal an ähm diese pdf zur zukunftskonferenz am 6.7. Juli da werde ich jetzt glaube ich noch ein paar äh Interviews führen morgen eben in Wuppertal Anfang nächster Woche dann auch noch also wer jetzt sich spontan entschließt zu den Zukunftsszenarien der D2030 Initiative etwas zu sagen in dieser Future Hub Reihe könnten wir dann eben auch als Skype Interview aufzeichnen ähm mache ich ja auch mit der IKIN Software äh das äh die haben ja auch da eine sehr sehr schöne Anwendung wo man Skype Gespräche aufzeichnen kann werde es dann wieder auf Facebook hochladen werde darüber im Blog berichten also wäre jetzt in den nächsten Tagen heute haben wir Donnerstag ähm bis Dienstag äh Vormittag bin ich noch da Dienstag Mittag werde ich dann nach Berlin fahren Mittwoch die Vorbereitungen treffen für das Studio Z was ich zur Zukunftskonferenz mache so einige Interviews ähm mit den Kongress Teilnehmern Konferenz Teilnehmern dann werden wir haben wir einen Slot am Freitag wo die Ergebnisse der Future Hubs so äh vorgestellt werden jeder Future Hubs wird so in 5 Minuten kurz vorgestellt Bundeszentrale Better Place äh Wuppertal Institut und 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 ja wenn ihr in dieser Reihe da noch auftauchen wollt dann solltet ihr mich äh kurzfristig ähm ähm kontaktieren ja und ansonsten gehe ich jetzt hier einfach wieder mal auf die Kameraansicht und dann werde ich dann mal diese Aufzeichnung einfach bei YouTube hochladen ne dann seht ihr in welcher Qualität das läuft ok man hört sieht und streamt sich bis morgen 17 Uhr tschüss An움 abonniere